ja die Leute in uns hat er sie kommen zu einer Runde Schaublieger auf 11.000 die willkommen zu ihm mit der Baukrieg auf die einen Gast erler ja auch von meiner Seite aus zumal zu schauen willkommen zu Jambi auf dem er trägt mit dieser Wort so was steht in der Beschreibung und dabei ist der Multi Decimo ich guckte niemand ist er und beschreibt zu schreiben was nicht scheiße ok also ganz gut und ich habe heute auch bis zu schütteln er ist schon blick und ich mache auch genau diese Städtchen und ich habe mich nicht komplett aus zu er hat genau diesen Sprung hier nie richtig geschafft hat was wichtig abgefunden selbst sogar auch weil ja auch ich habe das Problem ich bin und Buskirchen zu machen bei mir steht und schon bis ins Unruhig eine Rätschichtspielbruch es wird geholfen so wie vor das Erfingen Prozent Kursheit also ich habe bei Ort das Tiefel ist wo es zu schnell getippt Prozent Ok okay man hat mein Freund gesagt ja die Wurzscheck nicht nennen habe ich gesagt dass er auch zu der Sähe hat das Ziel ist weg ist so scheiße der Leuchttemberg ja so okay ich brauche sich zwei bis drei aufschaffen und sollen an der tisch steht ein Sprung nicht das ist übrigens von Musen und Borgersicht und uns wird in der Aufnahme für die Hoffnung nicht aber auch davon dann nicht zu Oh, laut reden. Okay. Gut. So, okay. Gut. Was hast du für eine Waffe im Moment? Äh, ein Holzschwert. Nein, ich auch. Okay, diese Stage habe ich echt noch nie gemacht. Das ist eine neue. Es gibt ja insgesamt 18 neue. Aber ich habe jetzt doch schon ziemlich lange kein Jump League mehr gebracht. Und jetzt muss auch mal wieder eine Folge kommen, finde ich. Jetzt kommt er sowieso, werde ich viel besser aus dem Moment auch. Ah, fuck. Und er feiert es auch ziemlich. Oh, fuck. Was ich cool finde. Ja. Okay, und jetzt mal wieder ein bisschen in Konzentration hier. So, ich bin zweitletzt so. Und Felix Deuter ist auch in der Wohnung, den kenne ich auch. Das ist auch ein Stream-Zuschauer. So. Nein! Mach nicht, ich komme, ich falle da noch wieder runter. Oh, dieses Labs immer. Okay, bei mir kommt auch Minecraft nicht so oft, weil ich mir und dann so es gelbe und so aufnehmen werde. Das ist geil. Ja. Shit. Okay, ich muss ein bisschen näher an die Leiter an. Ich habe es vielleicht auch echt Pech, nur mit dieser Stage am Anfang. Das könnte dann auch sein. Und dann einfach auch nicht ganz so einfach ist. Alter, und jetzt sprich ich sogar noch auf die falsche Seite drüber. Ja, ich bin bei Stage 5. Und wie hast du die Stage geschafft? Also mal, der vorstellt. Mit Fleisch. Nein. Okay, wo sind unbedingt ein Aufnahme, aber dann angucken. Oh, unlucklich. Egal. Das ist nur so eine Sekunde. Ah, ich habe den Schwung vorhin einmal geschafft, ich will jetzt auch nochmal schaffen. Ich habe einmal geschafft und seit dem schaffe ich nicht mehr. Schüttel, was los heute? Alter, nicht mal jetzt, was so los? Rage. Okay, aber ich bin zum Glück nicht letzter. Ich habe einen großen Respekt vor dir, weil 2000 Abonnenten, im Gegensatz zu mir, ich habe nur 10 Abonnenten. Weil ich habe YouTube erst vor kurzem angefangen. Okay, doch, ich hatte 10 Abonnenten nach knapp einem Jahr auf YouTube. Aber ich war auch da nie richtig aktiv, so in meinem ersten Jahr auf YouTube. Also, ich muss ja nie... Also, ja, sorry Leute, es ist jetzt langweilig. Ich werde jetzt wahrscheinlich mit insgesamt 16 Minuten an dieser einzigen Stage sein und es nicht schaffen. Aber wer weiss. Vielleicht gibt es auf einmal diesen Schlusspunkt, wo ich zu schaffen. Aber ich denke mal nicht. Oh, fuck, ich... Ich werde gerade angucken. Ich werde euch wieder gleich, glaube ich. Ne, oh gut. Wo sie kann ich noch nicht so ein bisschen anders hinsetzen. So. Okay. Pass. Hey, scheiße, ey. Fuck. Jetzt bin ich wieder nicht zu weit gesprungen. Ich bin wieder zu weit. Ey, holy shit. Was geht der Fall? Aber ich schaffte den Leitzen Jump nicht, ne? Ja, es ist echt so. Der State 6, ey. Der Leitersprung. Oh, endlich, endlich hab ich einen Schwung geschafft. So, jetzt aber zum Checkpoint. ALTER NEIN! Alles, aber nicht das! Jetzt hab ich nicht geleert, hast du gedrückt. Also, ich hab dich schon gedrückt, auch zu spät. Was? Oh, man. Okay, jetzt mach diesen Sprung auch wieder. Oh, oh, ich bin gleich bei Stage 8. Oh, endlich, endlich geschafft. Scheiße, das ist wirklich gefallen. Oh, okay, also das sind alles neue Stages hier gab für mich, die... die Spiele und so. Ja, das ist mindestens aus Faltemater Schieder. Ähm. Den Spielern hier. Ähm. Ja, Mann. Ja, danke. Okay. Okay. Also, bei mir braucht die dritte, die vierte Folge mit nur auf YouTube, weiß auch nicht, genau. Oh fuck, ich hab angerufen, ey. Man, fahrt. Nur ablehnen. Hä, das ist mein DIR, ey. So. Scheiße. Ja, ich muss jetzt mal... Hau, fast. Kanzel vermute, mute nur zu suchen, ja. Na, oh. Oh, Alter, fast runter und verdammt, grüßt, das kommt hier aus. Anderbiet, verdammt! Okay, ich hab bleiben, es. mit Leidness kann man leider nicht sprinten, aber ich komme trotzdem mir hoch ok passt ok und weiter oh das ist auch das Tatsch, die ist richtig schweig nein ernsthaft, wir haben das Goal gewünscht ok, also ja gut, Felix, Leute, mache ich halt mal wieder richtig fertig ok, ok mhm mhm so, und das wir auch abstauben Hä? WTF? die haben sich beide Games auch sich gerade getötet und ist ein unsichtbar und natürlich nicht das ist, haha, das ist so so cool, so halt, ja mit dem ich gerade skypeere, verdammt, ok, wo du musst aufpassen ok ich hab dich gerade dreimal gehitet von mir, ich dachte, das ist scheiße ein Gegner Scheiße, ich hab nur noch einen Leifer also, was das ist, wasedaße gegeben auf den Finkülen von Kombo crazy haha u beghhh Tim ist sowohl zu bleiben ja, ich weiß Oh, warte und das schnaueltjść, jetzt aber doch Felix-Teute, weil ich habe schon zwei khi st oblivion auch so wirst du schon der Armut individual решил schon, das aber zu erzeugen zieht das resto scheiße zu diferença, aber egal, Leute. Lasst euch darum, alles ist bezolineust das istatz, bis da Leute sind Ciao, ciao!